Also es freut uns sehr, dass wir für dieses Tasting Axel Ritt gewinnen konnten. Das ist was ganz Besonderes, weil er hat die Whiskys ja kreiert, hatte die Idee zu dem ganzen Thema und wir sind begeistert von den Whiskys. Also Axel, wir freuen uns auf dich. Und natürlich Andi, wer trinkt, muss auch was essen. Stefan Tipp und sein Team zaubert uns natürlich ein Mehrgangmenü vom Feinsten. Ich würde sagen, Andi, wir freuen uns. Besser geht mir. Slanje. Slanje. Slanje.